Schwach, 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 was wir aktuell an den Märkten sehen. Die Marktteilnehmer haben irgendwie einfach keine Lust. Fangen wir erst mal mit dem DAX an. Dort haben wir eigentlich ein ganz positives Bild gesehen. Wir mit unserer Ausprägung allerdings sind an der Stelle schon wieder rausgeflogen. Warum? Das ist jetzt der DAX-Index. Es sieht aber beim Future ziemlich ähnlich aus. Das war eine Wendekerze hier auf Tagesbasis. Die muss nicht für eine Wende führen. Sie hat aber eine gute Chance, zu einer Wende zu führen. Und sie böte, wenn es denn nach weiter nach oben geht, entsprechend eine ganz gute Laufweite. Das wird zumindest erst mal dort mehrfaches verdienen gegenüber dem Risiko. Das hat in dem Fall aber nicht geklappt. Zumindest meine ich nach unserer Fassung. Man kann das auf zwei Art und Weisen handeln. Die einfache Weise, die setzt den Stopp hier unten drunter. Nämlich das ist die Kerze. Das war hier quasi der Einstieg an der Stelle. Demnach ist man sogar noch drin. Also diese Chance besteht noch tatsächlich. Also wer sich für den unteren Stopp entschieden hat, wir haben es ja mehrfach angesprochen. Das ist ja ein generelles Prinzip bei diesen Wendekerzen. Wer den Stopp hier hat, der ist sogar noch drin in der Position und hat noch die vielleicht Hoffnung, dass der Kurs hier tatsächlich nochmal nach oben dreht. Die ist nicht unbegründet, aber auch nicht super ausgeprägt. Also die Chance, dass es noch dreht hier, ist noch da. Aber sie ist nicht mehr sehr hoch. Das Ganze hat was zu tun mit den Retracements. Wir hatten gemessen hier auf die 78er Marke, theoretisch könnte man hier zwei, drei Varianten machen. Ich mache es jetzt mal Einfachheit halber. Tiefster Punkt, höchster Punkt. Und wenn er durch die 78er Marke durchgeht, dann ist das nicht mehr so typisch, dass der Kurs weitergeht. Das kann durchaus sein, dass er dann nach oben noch geht. Also die Chance ist nicht null, aber prozentual ist das nicht mehr so arg viel. Das ist der Grund, warum wir gerne die 78er nehmen und in dem Fall also schon rausgegangen sind aus dieser Position. Leider mit einem Verlust, weil der Markt das eben nicht gemacht hat, was wir hier wollten. Aber das war uns ja bewusst. Allerdings, was wir wollten, war so viel riskieren, um möglicherweise so viel oder noch viel, viel mehr zu gewinnen, wenn der Markt sich hier nach oben eben entfernt. Na gut, also das ist die Geschichte beim DAX. Das ist ein interessantes Zeichen. Große Stärke ist nicht zu sehen, wer jetzt sich dafür entschieden hat, warum auch immer den Stopp hier hinzusetzen. Ja, kann das durchaus noch weiterlaufen lassen. Das ist in Ordnung. Allerdings, Tipp, vorsichtig, nicht den Stopp ausweiten. Das macht man nicht. Warum? Weil denn das Risiko größer geworden ist. Wer den Stopp initial hier drunter gelegt hat, kann diese Position ja noch halten. Wer den Stopp initial auf die 78er gelegt hat, darf das natürlich nicht machen. Ansonsten wäre das A, ein Verstoß gegen die eigenen Trading-Regeln. Und viele wissen das. Das ist das Letzte, was man tun sollte. Und zweitens wäre dann das Risiko ja höher, weil ich ja auf einmal einen weiteren Stopp habe, als ich ursprünglich geplant habe. Und wer sagt, das kann ich mir auch noch erlauben, der hat eigentlich den vorherigen Trade ineffizient geplant. Weil wenn er sich den Stopp weiter erlauben kann, hat er den anderen falsch angesetzt. Das ist aber vielleicht ein bisschen was in Richtung Risk- und Money-Management-Politik. Das müssen wir nicht heute jetzt unbedingt angehen. Ist aber natürlich insgesamt ein wichtiges Thema. Wir bleiben jetzt mal bei der Analyse des aktuellen Marktumfelds. So, also noch nicht ist alles verloren. Aber so richtig die Stimmung für den Dreh scheint aktuell noch nicht gegeben zu sein. Der Markt ist zu steil, zu heftig runtergegangen. Also wir haben ja heute mit einem ordentlichen Gap nach unten aufgemacht. Klar, Nachrichten aus Amerika, Nachrichten genereller Art sind, also News, insbesondere mit den Earnings, sind natürlich da sicherlich ein Grund. Auf jeden Fall relativ schwach. Jetzt gab es so ein bisschen für die Nachmittagstrader ein Highlight, nämlich die Chance. Mensch, das ist doch klasse, wenn er jetzt wackelig runterkommt. Aber genau das hat er jetzt wieder nicht gemacht. Der Sack ist hier nach unten weggebrochen. Naja, da kann man jetzt schimpfen und sagen, warum macht er nie, wie ich das will? Ihr dürft das nicht so auffassen. Ihr müsst sagen, danke liebe Leute, dass ihr mich hier nicht hinter das Licht führt, sondern dass ihr mir klar zeigt, dass ihr noch keine Lust zum Kaufen habt. Ihr dürft nicht vergessen, der Chart ist ja nicht ein Lebewesen, aus dem man irgendwie was ablesen kann, sondern der Chart repräsentiert die Stimmung, die Meinung der anderen Marktteilnehmer. Und wenn die das so deutlich angeben, dass sie ihn nicht kaufen wollen, dann nehme ich das dankend an und sage, super, lieb, dass sie mir das zeigt. Also wäre er wackelig runtergekommen, hätte ich hier auf der Longseite gesucht. Er kommt nicht wackelig runter, dann versuche ich es nicht mal hier auf die Longseite zu wechseln. Na gut, also wenn es beim DAX schon nicht ist aktuell mit der Longseite und der Rücksetzer, den wir hier haben, ja auch schon relativ niedrig ist, also gleich mehrere gute Argumente, warum da kein Interesse da ist, an der Stelle hier im Moment jetzt zumindest mal long zu sein. Gucken wir mal, was die Amerikaner machen. Und da sehen wir der Dow Jones, naja, der hatte keine Wendeanzeiger gebracht, also insofern, das war schon mal der erste Hinweis dazu. Und es gibt im Moment null echte Indizien dafür. Wir haben ein Bornbar für diejenigen, die das mitverfolgen, das habe ich eben auch schon mal rumgeschickt hier. Das ist eine mögliche Trading-Idee, die wir da jetzt haben. Vielleicht schicke ich das auch nochmal als Trade des Tages raus, je nachdem, ob es die Zeit erlaubt. Aber das wäre etwas, was vielleicht jetzt hier nochmal für zumindest einen kurzfristigen Trade, ihr wisst ja das hier auf den kürzeren Zeitebenen, das nicht bedeutet, dass das einen langfristigen Effekt hat, sondern eben entsprechend einen kurzfristigen Effekt, dass dann eine Bewegung dann kurze Zeit da entsprechend nochmal weitergeht. Also hier eine gewisse Chance für einen Abpraller ist noch gegeben. Noch sieht man es allerdings nicht so richtig, oder? Der 5-Minuten-Chart ist ein bisschen hoffnungsvoll, denn wenn ich mir das angucke, hier kam der Kurs von oben. Das letzte Tief war das hier, ihr seht, das ist tiefer hier als der. Und wenn ich mir jetzt diese Bewegung mal angucke, jetzt fahre ich die mal mit meinen Mausfingern hier ab. Das, dann hatten wir hier eine Pause, dann ging es das, dann hatten wir hier eine Pause und dann ging es das. Das ist ein nicht überschneidender 5-Weller. Ja, 1, 2, 3, 4, 5 und das Tief hier und das Hoch hier sind nicht überschneidend. Das ist einigermaßen verheißungsvoll. Dann bräuchten wir 3 Weller. Geil. Und jetzt bräuchten wir noch, dass der Markt getriggert wird. Vorsichtig, einen Test sollten wir noch machen. Wir messen das Ganze mal. Ist dieser Rücksetzer dann groß genug, aber eben auch nicht zu groß? Dann messen wir tiefste Punkt, höchste Punkt, eigentlich in die blaue Kiste. Er ist schon relativ niedrig, aber er ist noch immerhin oberhalb der 78,6er Marke. Das heißt tatsächlich, wer sagt, ach komm, den Versuch, den mache ich mal in dem Fall. Denn der Schub nach oben, der ist schon da. Wenn jetzt die Abwärtsseite tatsächlich sich zu Ende zeigt, hätten wir hier eine Chance zumindest mal. Perfekt finde ich es nicht. Warum finde ich es nicht perfekt? Das muss ich kurz erklären. Ist doch dreiwellig. Was willst du denn? Immer irgendwas hast du auszusetzen. Das Problem ist folgendes. Wir sind relativ stark runter. Hatten dann hier die Pause. Das finde ich okay. Und wenn der Kurs jetzt hier runter geht, könnte das doch sein, dass wir an der Stelle dann eben diese long Richtung machen. Jetzt zeige ich euch ein Alternativ-Szenario, was ich mir vorstellen kann. Und dann müssen wir uns überlegen, welches ist für uns das Relevante. Das ist etwas, was viele erst lernen müssen. Viele sagen, Mensch, Rüdiger, du zeigst dir immer mehrere Alternativen. Das klingt für mich so, als ob du auch überhaupt keine Ahnung hast, was passiert. Und du dementsprechend dich offen hältst. Und dann kannst du nachher sagen, siehste, ich habe es euch ja gesagt. Ja, als Analyst könnte man so denken. Aber als Händler bringt mir das ja nichts. Weil als Händler muss ich mich für irgendeinen Trade entscheiden. Das heißt, mir Optionen offen zu halten und dann im Nachhinein zu sagen, hilft mir ja nicht für meine Handelsideen. Das heißt, ich muss jetzt aus diesen verschiedenen Varianten überlegen, welche bietet mir die besten Möglichkeiten. So, die Variante, die ich eben andeuten wollte, ist, wir sind relativ stark runter. Wir kriegen hier eine Seitwärtskorrektur. Eine Seitwärtskorrektur unterschießt oder überschießt gerne den Startpunkt. Und anschließend geht das nach unten. Und ihr seht schon, wo das Problem ist. Dann werde ich hier getriggert und gucke dann zu, wie ich in die falsche Richtung laufe. Je kürzer diese Bewegung ist im Verhältnis zu der und je dichter der Punkt an diesem Punkt liegt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das hier passiert. Wenn ich jetzt diesen Einstiegstrigger nehme, ist die Chance relativ groß, dass ich dieses Szenario kriege. Ich hier dann einsteige, der Kurs zeitnah dreht und ich dann auf der Minusseite irgendwo wieder rausfliege. Weil die Chance ist relativ groß. Klar, über das CRV kann man sich Gedanken machen. Meine Gewinnerwartung ist ja zumindest mal die erste Welle. Ist ja durchaus ein Fünfweller hier nach oben. Das heißt, mein Einstieg ist hier. Mein Mindestziel ist da. Die Stoppweite ist von dort bis, und da müssen wir jetzt vielleicht das Tief nehmen, vielleicht auch die 78er Marke. Also ich habe ein positives Chance-Risiko-Verhältnis. Also ich kann mehr gewinnen, als ich riskiere. Aber das Problem ist, dieses Szenario ist nicht selten. Ich muss damit rechnen. Das heißt, ich habe wahrscheinlich tatsächlich irgendwas, was Richtung 50-50 Chance geht. Und jetzt überlegen wir uns mal. Bei einer 50-50 Chance mache ich einmal Verlust. Mache ich einmal Gewinn. Und dann seht ihr, bei einer 50-50 Chance ist das der Restgewinn aus zwei Trades. Das ist immer noch positiv. Insofern, ja, es ist jetzt kein Drama. Aber das ist jetzt auch nicht so lukrativ. Man hat ja immer noch Gebühren zu zahlen, möglicherweise. Manchmal hat man ein bisschen Fehler. Manchmal hat man sowas wie Slippage. So Nebeneffekte. Und dann habe ich zwar eine tolle Idee gehabt. Alles wunderbar. Aber das lohnt nicht so richtig. Das heißt, diese Idee ist okay. Aber sie ist nicht lukrativ für mich. Dieser Vorteil für zwei Trades. Nämlich einmal negativ angenommen. Einmal positiv. 50-50 Trefferquote. Weil beide Szenarien kann ich mir vorstellen. Szenario A. Dass er hier hochläuft. Im Sinne von Schub hoch. ABC runter. Ja, die ist kurz. Und geht dann aber hoch. Variante B. Das macht er als Seitwärtskorrektur. Geht nochmal tiefer. Kann ich mir ebenfalls vorstellen. Das ist nicht eindeutig genug. Das ist mir zu wenig. Und da ich keine Ahnung habe, welches dieser Szenarien kommt, muss ich also überlegen, okay, 50-50 Entscheidung mit leichten Vorteilen hier. Da kann ich es auch sein lassen. Da muss man dann vielleicht überlegen, ja, aber ich würde auch so gerne handeln. Kann ich verstehen. Aber mein Ziel sind die Gewinne. Und nicht so sehr, dass ich hier mich beschäftige. Also sprich, ja, dann mache ich halt den Trade nicht. Ja, aber dann verpasst du den Trade. Ja, das kann sein. Verpasse ich vielleicht einen Gewinn. Aber vielleicht verpasse ich auch den Verlust. Das weiß ich ja erst im Nachhinein. Aber im Vorhinein weiß ich, dass die Differenz zwischen diesen beiden Ereignissen zu gering ist. Ja, also ich kann jetzt schon planen, dass mir der Vorteil, den mir diese Situation bietet, nicht attraktiv genug ist. So, und in dem Fall ist das also kein Trade. Ist ja ein 5-Minuten-Chart, bis ihr das Video guckt, ist die Situation eh rum. Aber ich möchte euch auch so ein bisschen mitgeben, wie wir da drauf gucken. Wie wir da drauf gucken, dass es gar nicht darum geht, zu wissen, was hier passiert als nächstes, sondern zu planen, taugt das für uns? Kriegen wir das sinnvoll umgesetzt oder kriegen wir es eben nicht sinnvoll umgesetzt? So, dann haben wir als nächstes den S&P 500. Auch der, wir hatten es hier schon angedeutet, das sind alles noch Korrektivmuster. Da haben wir schon gesagt, das geht noch mal tiefer. Also das ist jetzt keine hohe Kunst. Das ist typisches Verhalten. Wenn die Marktteilnehmer schon maulig sind. Ja, wenn ihr ins Restaurant kommt und der Gast hat sich schon zweimal beschwert, dass das Essen doof ist. Das Glas nicht sauber und, keine Ahnung, das Getränk ohne Kohlensäure und viel zu warm. Ja, was habt ihr für einen Eindruck? Bestellt er noch den Nachtisch oder nicht? Ja, das ist No-Brainer sozusagen. Ja, und wenn man hier schon sieht, dass die Leute keinen Bock haben, vielleicht bestellt er den Nachtisch, weil er sagt, jetzt will ich auch noch sehen, dass der auch noch versaut ist, der Nachtisch. Natürlich kann der Kurs hier nach oben gehen, aber es ist eben nicht typisch. Und deshalb sollte man dann eben damit rechnen, wenn die Marktteilnehmer sich so oder so verhalten, ja, dann wird das wahrscheinlich auch nichts mehr. So, und hier seht ihr, dass hier auch die Marktteilnehmer beim S&P, und das macht dann nochmal den Gedanken auch nochmal fett, zwar ganz gut hochgekommen sind, Popo hoch hat geklappt, Popo runter hat aber auch geklappt. Es gab hier keine Möglichkeit, Long reinzukommen. Also es geht nicht darum, dass man hier Long, aber er hat alleine dadurch, dass er hier runtergegangen ist, mir den Spaß an Long verdorben. Also ich werde es nicht mal versuchen, hier Long zu gehen. Ich habe fast eher den Verdacht, dass so eine starke Bewegung, wenn der jetzt wackelig hochkommt, vielleicht sogar nochmal ein Short bietet. Irgendwie allerdings insgesamt noch kein Interesse an der Long Seite. Ein kleiner Seitenhieb, zumindest der S&P Future. Ich habe jetzt hier im Moment aktuell nicht sichtbar den Index, aber der Future hier hat diese Hochmarke durchstoßen. Kein gutes Zeichen. Das ist das, wovor ich immer gewarnt habe. Das heißt nicht, dass der Kurs jetzt wie ein Stein fällt. Ich hatte ja gesagt, das ist kein Trigger für die Short-Sight. Aber das eröffnet eigentlich das Bild für fallende Märkte, auch beim S&P. Ich kann mir vorstellen, dass er hier jetzt, weil das eine Unterstützung ist, abprallt. Aber dieses Bild macht nicht den Eindruck, dass die Marktteilnehmer super bullish sind. Das ist nicht mein präferiertes Bild. Das kann passieren, ich kann das nicht ausschließen. Aber spätestens mit dem Überschneiden dieser Marke hier, beim Future zumindest mal, ist der Eindruck, dass die Marktteilnehmer wirklich Lust haben, dauerhaft, sehr gering. Die Linie brauchen wir nicht mehr, sondern es geht uns darum, selbst wenn er jetzt hier dreht, also vielleicht kriegen wir am Ende des Tages hier sogar eine Umkehrkerze, so ähnlich wie beim DAX. Ihr habt ja gesehen, beim DAX hat es jetzt nicht funktioniert. Das ist aber kein Hinweis, das funktioniert nie. Da hat es zum Beispiel super funktioniert. Auch hier hat es erstmal super funktioniert. Nur mal, also um zwei Beispiele zu denen, gibt es auch viel mehr Beispiele. Also man kann jetzt nicht sagen, die funktionieren ja nie. Der da hat schon nicht funktioniert und der beim DAX nicht funktioniert. Die funktionieren statistisch gesehen häufiger, als dass sie nicht funktionieren, wenn sie getriggert werden. Aber wenn das eine Tageskerze so wird, vorsichtig, die ist noch längst nicht fertig, noch nicht jetzt sagen, dann kaufe ich jetzt schon mal. Das ist ja eine Umkehrkerze. Ich sehe aber eine Chance, dass wir hier einen Abpraller erstmal kriegen. Aber das möchte ich sehen, dass die Marktteilnehmer das auch wirklich wollen. Aktuell sehe ich das ehrlich gesagt noch nicht. Und eine Befürchtung, dass das richtig bullische Bild beim S&P auch nicht mehr gilt. Jetzt haben wir den DAO schon, der nicht mehr richtig Bock hat. Den S&P schon, der nicht mehr richtig Bock hat, liegt es eigentlich nur noch an einem, der den Markt und damit die Welt retten kann. Das ist der Nasdaq. Und der Nasdaq hat jetzt tatsächlich dann diese Unterstützung, die wir hier vor ein paar Wochen schon eingezeichnet haben, tatsächlich erreicht. Da war ich eigentlich schon ein bisschen komisch und habe gesagt, warum ist man da nicht hingelaufen? Der hat ja hier schon gedreht, wo ich noch gedacht habe, eigentlich hätte ich ihn da erwartet. Naja, jetzt hat er es dann doch noch gemacht. Ist da jetzt hingelaufen. Also vielleicht kriegen wir hier jetzt den Dreh. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn der DAO und der S&P so miesepetrig drauf sind, glauben wir dann, dass das hier so nach oben geht? Weiß es nicht. Also ich will da noch nicht alles aufgeben im Sinne von, das passiert nicht. Aber meine Motivation im Moment für die Long-Seite ist in Anbetracht der Gesamtsituation übersichtlich. Trotz alledem, der S&P, wir haben es gesehen, im Wochenschart, wir haben langfristigen durch die Dezemberhochs, Februarhochs dann Unterstützung. Besteht die Chance, dass ein Abpraller bald kommt. Achtet vielleicht darauf, ob wir auf Tagesbasis morgen früh, Entschuldigung, oder heute Nacht vielleicht, da tatsächlich diese Umkehrkehr zu sehen. Er hier ebenfalls. Das könnte ebenfalls irgendwie was in der Richtung sein. Also eine Chance sehe ich. Ich befürchte aber, dass es nun zwischen Intermezzo ist und nicht wirklich dauerhaft ist. Wir behalten das im Auge. Wir werden, also wer mag, kann natürlich versuchen dann heute Nacht oder morgen dann da die Long-Position versuchen, zart aufzubauen. Wohl weislich, dass das nicht immer gut geht, so wie wir es beim DAX ja gesehen haben. Ich mache nochmal hier das Negativbeispiel. Hier haben wir gesagt, da sind wir im Rahmen einer Unterstützung. Und wir sind mit dieser Bestätigung. Und bis jetzt ist der Erfolg dieser Geschichte ja auch noch halbwegs übersichtlich. Na gut, wir werden es sehen. Behaltet ein Auge drauf nochmal. Es sieht ganz schön nach knapp aus. Also wenn es wirklich die Bullen noch sein sollen, nähen sie wirklich auf Kante aktuell. Da muss man sagen, die lassen sich nicht wirklich hier mit Übermut feiern. Man hat den Eindruck, dass die Marktteilnehmer sehr vorsichtig aktuell sind. Und vielleicht seid ihr es im Moment auch nochmal, denn so richtig für Käufe sieht das noch nicht aus. Die Anzeichen dafür habe ich euch genannt. Guckt mal, was ihr draus machen könnt. In diesem Sinne euch erstmal alles Gute. Ganz liebe Grüße. Bis zum nächsten Mal.